Und Argus fällt zurück. Und da sind sie wieder. Nur kurz den Sonnenuntergang übergutachtet. Tja, der Schatz des ewigen Lebens. Das war, äh, der Vater. Er ist ein Arschloch. Er hat uns den Schatz gestohlen. Ach, Selphurt. Bye, bye. Tag 3 Achievements. You are the strongest Archaeologist. Indomitable Spirit und Skilled Adventurer. Tja. Und. Da werden wir. Ich hab Time Attack. Aha. Okay. Beginner. Low Level Guardian. Hä? What? Warte. Hey. Fight. Machen wir dann Argus oder was? Oh, one hit. Ein kleiner Boss Rush Mode. Ist ja cool. Ist ja eigentlich ziemlich geil. Hmm, wir Kit. 言 enjoy. Tja. Naja. Tja. Tja. Ah, ich hasse dich, für immer, wir hassen ihn für immer. Da, Beutelien. Da, Beutelien. Da, Beutelien. Da, Beutelien. Da, Beutelien. Ach, er. Bis jetzt am Telefon gewesen. Ach, geh, du Armes. Hast du das ganze Spiel verpasst? Oh. New Record. Ist ja witzig. Cool. Okay. Okay. Das war das Geheimnis von La Mulana. Freut mich, wenn ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen konnte. Es ist auch nicht unbedingt so mega bekannt. Ohne das Remake wird's wahrscheinlich fast niemand kennen. Aber, ja. Das macht doch noch Spaß. Das ist doch noch ein Spiel. Also. Dieses Projekt ist offiziell beendet. Also danke ich euch fürs Zusehen. Und mir hat Spaß gemacht. Euch nehme ich mal an auch. Bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.